So moin, willkommen zurück. Ich bin auf dem Weg zum Bergbauer Außenposten und man sieht den Waldfluglader Bäumen nicht. Also da hinten. So. Und vorne ist ein Nackter rechts. Auf dem Bärsch. Habe ich einen Nackten gesehen. Und dort ist ein Nackter. Ja, Nanny King, was auch immer. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ich bin schon wieder böse, Leute. Okay, ich hau wieder ab. Ich wollte eigentlich zum Bergbau Außenposten. Oh, nee. No. Askamon, was machst du da für ein... Ja. So ist Rust. So ist Rust. Und der Loot. Alter. Wat ein Loot. Muss wieder schwimmen. Leute. Eieieieiei. Das geht ja da weiter, wo es in der letzten Folge aufgehört hat. Böse Askamon. Tötet die ganzen Leute. Aber der Loot. Die Steine. Das Holz. Ich kann auch eine Riesenbasis bauen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich wollte einfach zum Warenhaus. Ein Bergbau Außenposten. Auf einmal ist... Ja, war da Rastler da. War das jetzt eine Erd- oder eine junge Dame? Der kennt auch noch eine junge Dame. Ich weiß nicht, junge Dame. Vielleicht auch eine ältere Dame. Man weiß immer nicht, wie dahinter sitzt, ja? Auch von Namen her. Man weiß es nicht. Da mache ich mir auch mal Gedanken. Aber ich habe den Loot ja gesehen. Ich mache mir hier sowas von Freunden und Freunden auf jeden Fall. Äh, ja. Die werden sich alle meinen Namen merken. Wie, der ist nicht nett. Der Askamon, der Milchzapfer, der ist ganz böse. Oh, oh, oh. Ich habe keine Worte. Meine kleine Putze-Base hier. Hm. Ich glaube, warum war verkehrt noch? Oh Gott, oh Gott. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das ist 8.000 Steine. Allein das Schwefel, ja? Äh, Metall meine ich. So, kann ich ein bisschen sortieren. Dann kann ich ja eine riesen, äh, zweite Fake-Base bauen. Wird die erstmal zuerst geradet, schon, meine Base. So. Ne, da geht's raus. Ich mache mal einen Chat an. So. Steht da irgendwas drin? Äh. Was? Ich kann kein Deutsch. Äh, ich kann kein Deutsch. Ich kann kein Englisch. Ja. Will you have to build, uh, the edge of the map to, äh, achso. Ne, das hat er ja geschrieben. Meine Güte. Sehr englisch mit Base bauen. Hat noch keine Base, eine Basis gebaut, oder? Könnt ihr mir auch immer gerne eine Übersetzung in die Kommentare schreiben, wegen Niki-Kin. Niki-Kin-Kin. Naja. Ist da noch weiter oben was? Ne. Oh. Ach, so ist Rust, so ist Rust. So, Deutsch wäre er oder sie sowieso nicht gewesen. Äh, Kombination wäre denn sowieso, äh, schiefgelaufen. Öfen, Öfen, Öfen. So, machen wir da 500 und 500. Habe ich eigentlich noch was drin, hier? Aber so ist Rust. Die Leute dürfen sich nicht aufregen. Ich musste da auch durch, wie gesagt. Puh, ich staubf und wieder Pfeile. Wo habe ich denn die Pfeile gehabt? So, 17 Pfeile. Jetzt habe ich da hier extra Werkzeug. Ach, der Bogen. Ach, da sind ja auch noch Pfeile. Wie kann man die überhaupt stacken hier? Mit 60 war das, oder? Eigentlich mal mit 60, ne? Okay, oder mehrmals. Ist ja auch egal. Ach, das ist doch blöd. Was schmeiß ich denn hier weg? Ähm. Da noch Pfeile rein. Ich wollte lupen gehen. Ach, der Bogen. Leute, der Bogen. Pack ich den Ofen. Komm. Oh. So. Hier ist ein Stoff. Oh, ich brauche mir die große Kiste, ne? Ich suche mal einen Platz. Ich gehe nochmal hinten hin, wo ich Freunde aneinander vertrieben habe. Denke ich mal. Jetzt zum Warenhaus. Von der Zeit her erreicht das nämlich mal eher weniger. Jetzt machen wir übrigens mal eine Fake Base. Wird das dunkel? Ja. Wollen wir nochmal da hin zum Warenhaus. Tausend Holz. Warum habe ich noch tausend Holz hier? Dann mache ich eben noch eine Kiste. Zu viele kleinen Kisten. Jetzt sollen wir mal eine große Kiste machen. Das müsste ich oben machen. Aber der hätte nicht Bock auf so ein Regal. Dann mache ich lieber... Ach komm, kann ich auch hier hinstellen. Ist ja eh nur Holz drin. So. Muss man merken, ne? Das ist nicht so wichtig. Kann man sich neu craften. Kann ich ruhig mitschleppen. Aber nicht die tausend Holz da. Oh. wie läuft das gerade nicht so rund das spiel das hakelt warum was stimmt hier gerade nicht naja das mit der base da oben da war ich doch auch drin wurde da weiter gebaut nee die ist aus stein noch zum teil war die aus stein und holz und hier ist nichts los die habe ich vertrieben so wie im wald ist auf jeden fall auch noch eine basis aber das hakelt so sie ist vielleicht nicht aber bei mir läuft das spiel überhaupt gerade nicht flüssig ich wüsste was das schon wieder ist ich war doch irgendwo eine base am wasser ist auch eine das weiß ich also rechts am wasser hin so so Hier ist ein Fass. Dann ist hier eine Höhle. Was gab es denn da schönes? Oh, nice. Diese scheiße Waffe, ey. Habe ich die überhaupt schon mal benutzt? Ich glaube nicht. Wo bin ich denn hier? Ich muss da auch mal eine Basis zerfallen. Supermagen. Ich muss weiter rechts. Was ist denn die Höhle? Mal merken hier, wie fährt es denn? Ob ich mir das merken kann? Gucken wir mal, ob da oben noch Fässer sind. Noch ein paar Fässer. Da ist eine Basis. Die haben wir auch schon mal gesehen. Feder. Deine Frau. Oh. 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 Mad Das ist aber auch kein dicker Loot, ne? Nö. Die Feder, ich hab schon ein paar Feder. Man bringt mir die Feder, wenn ich nichts kräften kann, ne? Keine Waffe kräften kann. Die Gitarre. So, soll ich das riskieren? Oh, leck das hier, ey. 30 FPS. Sonst hab ich 90, ey. Hab ich Glück, oder ich hab Pech? Ich krieg Loot. Na, gucken wir mal. Ich glaub mit Tabby, ich geh da Stoff raus. Könnte sein, ne? Egal. Ich hab 1000 Stoff zu Hause. Hallo. Schweine incoming. Sieht einer was? Ich seh nix. Guck mal, wo oben Kisten sind. Nö, natürlich nicht. Ah, hier wurde gelootet. War klar. Ein Briefkasten. Sehr schön. Guck mal, wenn du da oben, den bräuchte ich ja gar nicht reingehen, wie ein Kisten gucken. Guck mal. Bei's? Annen Sie? Ja. ich bin mir ein. Bei mir ist, also ist es wieder ein, dass ihr da oben ist, Und dann geht es mir einfach darum. was es mir ihr dem ... wenn du das in die Bögen, auf jeden fall ist ein russler aktiv einer mindestens wegen blut hat man ja gesehen ist da oben was lag warum was drin was man nicht gebrauchen kann alles weggeschmissen mache ich ja auch immer naja wird wieder nacht mal wieder die lösung die lösung die auch meine base die sie auch zerfallen war das oder was dabei da vorne das entfährt ich dachte schon so nun geht man nach hause und dann warst du schon wieder mal eine kleine tour gemacht nix spannendes passiert ich muss auch bald schlafen muss wieder früh raus arbeit 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 morgen ist der montag also ich nehme hier immer noch den sondag auf und dann haben wir montag und dann gucken ob die base noch steht und werde die base noch weiter ausbauen aber die fake base die muss noch die fake base die baue ich hier zwischen die felsen ja dazwischen die felsen baue ich mir die fake base das war ja noch bevor ich schlafen geht dann mach ich mir noch eine extra aufnahme so ist dunkel ich sehe gar nichts mehr ja liebe leute danke ne wieder fürs einschalten und bis zur nächsten russ folge bis dann und vergehen vergehen auch vergehen nicht vergessen bei gefallen abo daumen nach oben ihr kennt das bis dann tschüss bis dann 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 Vielen Dank.